hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von sapiens trading update und multiplayer mit dem neuen patch für canoes ja wir sind ja noch dabei unsere wasserstraße da auszubauen da kommen wir im moment so ein bisschen stagnieren wir in der letzten folge hatten wir ein bisschen probleme weil wir ein sturm weil hier ein sturm war was machst du fetching bamboo to adding fuel das heißt haben wir hier kein brennstoff mehr da müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen doch wir haben hier so warum holst du warum holst du ein bambus da hinten ich verstehe es nicht ich verstehe es ehrlich nicht wir haben hier genügend bambus rumliegen ohne ende ohne ende aber er muss im ganzen weiten weg laufen so jetzt schauen wir mal ganz kurz also wir haben virus sechs virus wir haben 19 virus und zwei verbrennung hier 19 virus ja dann haben wir hier 27 36 virus und zwei verbrennung also wir haben keine verletzung wird hier noch gemacht wir schauen mal kurz wie viel poppy flowers haben wir denn noch 99 marigold 9 poppies was brauchen wir denn für die verletzung noch tumeric ginger wir haben kein tumeric wir brauchen 9 tumeric die sind hier drin oder 11 tumeric roots ok die verbrennung hier das ist die verletzungsmedizin die müsste noch funktionieren und hier die börn medizin da brauchten dann war ein aloha und tja wie schaut es denn hier aus mit unseren queer stones die haben wir hier noch ne haben wir hier noch jede menge 173 und da werden neue produziert und da ist ein schlitten der hier die large rocks ran geschafft hat den park mal jetzt mal um wieder in unsere garage hier dann der sturm hat natürlich hier ein bisserl dafür gesorgt dass wir das war wieder mehr getreide auf vorrat haben aber das ist schon wieder weg das ist schon wieder verarbeitet aber wir haben noch genügend brot also da ist noch brot ja also ich glaube die die geburten rate kann hängt im moment eher nicht von von der nahrung ab weil wir haben jetzt wieder fast zu viel nahrung wie vorher mit dem brot und ja so da haben wir noch jemand der verletzt ist wirst du verhandelt bist du gehst du hin da die sammelt die die sammelt die dinge ein ich will ich mal ganz kurz sehen shit sie legt sich hin ok sie setzt sich hin injury medizin wir brauchen noch in verletzungsmedizin die wird produziert die wird hier produziert die lernt grad deswegen dauert das länger ok aber da wird produziert und wir haben hier noch poppies und wir haben noch marigold und wir haben noch turmeric also die sollte eigentlich funktionieren das sollte eigentlich funktionieren ja dann haben wir hier noch unser mega auftrag der ist jetzt mittlerweile schon ziemlich gut abgearbeitet und wir müssen mal schauen da sind auch schon ein paar abgeholzt worden haben wir wieder stämme irgendwo im moment nur bretter und hier haben wir ein paar stämme ja ok das schneiden habe ich jetzt eingestellt weil das ja nichts mehr das bringt wir haben genügend bretter wir haben hier bretter ohne ende so dann würde ich sagen wir holzen den ja auch noch mal ab der steht uns ein bisschen im weg und jetzt ist die gute frage ist wo wir dann unser stadt war hin bauen das will ich ja hier mal irgendwann bauen und ich würde sagen wir machen hier irgendwo das stadt war und die mauer damit damit wir hier an unserem steinbruch vorbei mit die mauer ziehen können die frage ist ob wir hier den krater noch mit anschneiden so diese senke oder ob man hier oben bleiben was uns da natürlich ein bisserl einschränkt weil hier ist noch ton und ich denke da kommt noch mehr tun und den hätte ich schon ganz gerne noch aber wenn wir hier die stadt mauer schon ziehen dann ja ist deshalb verlorener bereich ich glaubte er will das campfire da unten anzünden und ich denke ich schicke denn jetzt einfach mal heim und was machst du limestone rock für crafting das holt die da unten und du geh am besten auch wieder hier hoch limestone rock ja die holt hier diesen diesen stein okay naja kommt mal alle wieder heim das ist wichtig und da haben wir einen roten weil du hast hunger du bist nass du bist ein pessimist und du bist verletzt okay das ist natürlich ein bisserl blöd gut also hier ist jetzt erstmal soweit alles am laufen ich will eigentlich hier unten noch schauen was ist dein problem was ist dein problem du bist verbrennung okay das können wir behandeln wir brauchen eins zwei wir machen mal drei verbrennungsmedizin ähm da brauchen wir brauchen älter beris haben wir die noch wo haben wir denn unsere älter beris hier irgendwo ich hinanziehe da haben wir noch älter beris hier ähm virusmedizin was fehlt dir denn knoblauch virusmedizin ähm ich glaube das können wir hier einstellen und dafür machen wir verbrennungsmedizin 3 kraft ok da liegen noch drei flex rum den soll man natürlich noch einsammeln da können wir sagen schwupp launch rocks das war es auch und den schlitten packen wir jetzt am besten wieder um hier raus und dann haben wir hier noch ja wir haben noch poppy flowers 8 poppy flowers da können wir noch da können wir noch verletzungsmedizin bauen und wie viele haben wir hier 7 aloha leaves ok das heißt wir könnten noch ein bisschen mehr marigold ähm dann könnte man noch 4 marigold dazunehmen dann können wir noch ähm verbrennungsmedizin bauen verbrennungsmedizin bauen ok und wir sollten noch mal etwas älter beris vielleicht auf Dauer so mindestens haben wir jetzt hier kräutertechnisch ähm genug Zeug so wir haben hier 86 beetroots wir haben noch einen wir haben hier bananen 51 also und wir haben hier ähm mammutfleisch also die nahrung ist auch ok so und ups wow wow das ist ja gut hier ich glaub's ja nicht ähm die jagen wir natürlich alle die jagen wir natürlich alle und den schlitten wieso steht die hier draußen den formen wir hier noch rein ähm so sind da schon Jäger unterwegs ja da ist schon ein Jäger unterwegs holt sich hier Speere da haben wir genügend 66 ja schauen wir mal ob das jetzt ein Lehrling ist oder ein fertiger Jäger da bin ich jetzt wirklich gespannt ja ist ein Lehrling ok ja gut ähm da kriegen wir auch neue ausgebildet ist ja auch ok die Frage ist auch ob die ähm Alpakas hier auch schwimmen also lassen die sich durch das Wasser abhalten dann können wir sie da ein bisschen in die Enge treiben oder ähm schwimmen die es scheint jetzt hier der einzige Jäger zu sein im Moment das ja die die schwimmen tatsächlich äh nicht so richtig so jetzt hat er eins getroffen jetzt sind es zwei Jäger jetzt sind es zwei Jäger drei Jäger äh wenn die jetzt ausgebildet sind dann ähm haben wir die Alpakas relativ schnell ähm er legt alle was gar nicht so übel ist das heißt wir müssen aber hier erstmal ein Ding schaffen Speicher ähm der überdacht ist ähm zack und zack und dann sagen wir hier Alpakakakas und hier sagen wir erstmal Alpakamid und zwar nur das rohe ok damit hier kein Blödsinn passiert mehr Speicher haben wir jetzt gerade nicht überdacht da müssen wir auch nochmal ein bisschen nachlegen so das erste Alpaka ist erlegt die anderen zwei sind eh schon angeschossen haha ok ja gut ok na das wird unseren Speisezettel ein bisschen aufbessern das ist ok das ist ok da kommt noch einer mh so das ist jetzt auch erlegt ok und da ist jetzt auch erlegt ok so dann haben wir noch die drei das war jetzt eine ziemliche eine ziemliche Herde und ich schau mal wenn die hier unten auftauchen dann ist die Frage haben wir hier oben auch welche ähm weil ich denke das wäre wieder mal nett ähm ein bisschen Fleisch auf der Speisekarte zu haben ähm ist nachher noch da nicht ok da laufen viele viele Meldungen durch aber hier schaut's Alpaka und Mammut frei aus das war nur da unten das war im Moment nur da unten ja ok oder ich hab's übersehen vorhin kann auch sein dass da welche durchgezogen sind und das schon wieder erledigt ist so was tun die Leute denn immer hier draußen was tust du hier sitting ich weiß nicht ähm planting a tree ok ja weil hier jetzt ähm gut ähm so was ist mit dir du hast noch Verbrennung aber Verbrennungsmedizin produzieren wir schon oder oder war das nur Injury ne Verbrennung aber er ist er wird ausgebildet das heißt ähm Virus was fehlt uns hier ein Garlic aber wir haben Virusmedizin auf Lager 5 das heißt also wir können das abschalten und können da mal ähm Injury produzieren und sagen wir mal ich machen mal 5 so unsere Jäger sind erfolgreich und jetzt müssen wir aufpassen ja die lagern hier die Dinger hier ein da wollen wir sie aber nicht haben äh die Speere können sie ruhig da hinlegen das ist nicht das Problem aber die ähm Dinger wollen wir die Alpakas die wollen wir hier natürlich haben so und dann müssen wir hm da müssen wir uns irgendwo noch mal Lager schaffen und ich würde sagen wir machen das hier das ist jetzt ein kleiner Not ups ein kleiner Notbehelf einmal zweimal und da bauen wir ein kleines Bretter Dach drüber zwar nur da weil der Flachs soll ja eigentlich schon trocknen hier der Flachs soll trocknen das dann machen wir das gleich als Flachs äh Flachs und das hier definieren wir als ne 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 sind Item ähm das hier definieren wir als Alpaka gebrauten genau und dann können wir hier nämlich schon mal Alpakas zerlegen das sind jetzt vier und hier sollten noch drei sein oder sind die schon geholt worden ok hm irgendwie fehlen wird es waren doch mehr als vier Alpakas da fehlt mir noch ein bisschen was irgendwie irgendwo haben die das wieder irgendwo hingelegt oder kommt das noch jetzt sind es sechs ja kann sein sechs Alpakas so haben wir hier einen Arbeitsplatz frei ja haben wir dann bauen wir doch mal sechs Alpakas 36 und dann sagen wir hier mach bitte mal 36 Alpakafleisch so ok ja und Flux Twine sollten wir auch wieder bauen wie viel Flux haben wir denn erstmal 20 20 Flux Twine und da haben wir noch genügend und wir haben mittlerweile da wir hier jetzt ja auch Fleisch haben haben wir auch Bones und da würde ich jetzt tatsächlich Stone Knives macht hier jemand Stone Knives Small Rocks Queer Stones das können wir jetzt glaube ich auflösen dann machen wir hier Bone Knives machen wir mal 50 so ok oh da hinten sind eh auch Arbeiter unterwegs wird hier tatsächlich noch ja die sammeln jetzt den ganzen Quatsch hier ein ok dann machen wir jetzt folgendes wir wir holzen hier mal die ab und die ab und dann brauchen wir hier wie viel Heu haben wir denn nicht allzu viel das heißt da holen wir uns noch ein bisschen mehr Heu select zack und dann bauen wir hier Sedge Unterkünfte ähm brauchen die eigentlich genau gleich viel ja die brauchen weniger die brauchen weniger die dann machen wir hier mit Fenster ok jetzt ist die Frage haben wir hier irgendjemand mit Thatch Baufertigkeiten 1 2 1 2 so und dasselbe machen wir hier dann geht es nämlich hier deutlich schneller als hier mit Holz wir haben jetzt immerhin Holzboden das ist ja auch komfortabler als auf der blanken Erde dann insofern ja es ist erstmal ok ist erstmal ok hier wir haben zwei stabile Hütten gut die sind nicht so haltbar aber ok passt dann brauchen wir hier natürlich auch Arbeitsflächen langsam wir brauchen da kommt der Kanal hin denke ich ja da können wir nichts bauen da sollten wir nichts bauen wo können wir unsere Arbeitsdinger hinbauen ähm da müssen wir die da oben hinbauen wohl oder übel 1 2 ähm dann können wir hier nämlich mal so eine ähm eine kleine Abordnung hinschicken wir stellen ein zwei Schlitten hin mit Nahrungsmitteln gedeckte Schlitten mit Nahrungsmitteln die sich da halten ähm so warum ah weil hier haha du sollt das ist natürlich genau das Problem ne wenn wenn wir jetzt hier Sachen hinlegen wir brauchen noch Speicher so dann können wir das leer machen den hier leer machen damit der wieder Splitlogs fährt weil der fährt im Moment keine Splitlogs ähm ähm so jetzt ist er wieder leer und jetzt können wir hier sagen Splitlogs deswegen definiere ich das eigentlich immer ne so und er soll Splitlogs holen und hier hinbringen ja genau und da ist wieder das Problem dass jetzt das Ding nicht zurückschaltet ne ähm 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 die Sperre das gäbe es ist die Frage ob das tatsächlich ähm ähm nur die Anzeige ist oder ob das das Flag einfach bleibt ne und er jetzt einfach den den Schlitten nimmer weiter nutzt wir fahren ihn mal rüber zu den Splitlogs wir fahren ihn mal dahin und dann schauen wir mal und wir assignen und wir assignen jemanden den wir sowieso da hinten haben zum Beispiel dich was machst du denn der holt jetzt tatsächlich okay ja die tragen jetzt die Äste zusammen okay das ist ja gut ähm und dich können wir assignen äh das kann du das Task okay dann brauchen wir jemand anderen dann brauchen wir dich und du geh bitte heim weil wir werden da leider noch keine Betten haben so schnell okay und hier müssen wir jetzt schauen ihr müsst alle heimgehen du musst auch heimgehen okay okay das kann dauern hier ich hätte hier schon ganz gerne die die Betten aber die haben wir leider noch nicht das wird also noch ein bisserl dauern mhm leider hilft nicht ähm auch und der nimmt die Äste mit okay der nimmt die Äste tatsächlich mit okay ja gut ähm die werden uns hier nicht unbedingt fehlen denke ich mal so ähm ja das ist hier ein bisserl zäh an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen also hier mit dem Kanal kommen wir im Moment nicht so wirklich gut weiter da müssen wir wir müssen jetzt schauen dass wir die die Unterkunft da hinten klar kriegen da müssen wir da müssen wir Nahrung da hin fahren von hier das sollte jetzt nicht das große Problem sein mit Schritten ähm damit wir da mal dauerhaft äh Leute äh dort haben und dann glaube ich wird das auch wieder schneller funktionieren oder besser funktionieren so was ist hier bei dir du bist verletzt haben wir keine Verletzungsmedizin also bei 200 Leuten ist das echt mit der Medizin mittlerweile mhm da fehlen Marigolds okay wie viel haben wir denn hier Puppies sechs also wir könnten noch sechs Marigolds dazu tun dann können wir sechs Verletzung und wir müssen wir müssen dringend hier also wir kommen mit unserem Bestand ähm an unsere Grenzen muss ich sagen also ich hatte auch noch nie äh diese 200 über 200 Sapiens also das ist das muss man wirklich sagen ähm und es werden beständig mehr ähm zum Beispiel jetzt ähm wo bist du hier mal schauen da kommt schon unser Diplomat okay ähm scheint gut zu laufen und sie ist aber scheinbar alleine das ist ja sehr wir checken mal oh nein doch äh die sind zu dritt drei äh und Virus ja das ist natürlich wieder kontraproduktiv ja trägt irgendwas was trägt er denn interessant ziemlich weit weg der ist ziemlich weit weg aber da wird schon behandelt da ist schon jemand unterwegs um zu behandeln okay also da haben wir Virus und da haben wir Virus und die hier sehe ich jetzt nicht mehr wird hoffentlich behandelt ähm tja und hier haben wir noch ähm da haben wir noch jemand liegen das ist nicht gut du bist ähm dann geh doch hier hin geh doch mal hier hin und da haben wir auch jemand Verletzung also wir brauchen dringend Verletzungsmedizin und er braucht Verbrennungsmedizin ja er braucht Verbrennung die sollten wir natürlich auch bauen und aloha ja wir haben keine alohas mehr äh keine ähm elderberries mehr wir müssen noch elderberries das nein ich habe ja alle schon mal abgeerntet gut ähm aloha leaves brauchen wir noch also wir müssen wir müssen unseren Kräutergarten vergrößern das hilft hier nicht das hilft hier nicht ähm vier vier machen wir mal fünf machen wir mal fünf zack und dann brauchen wir allerdings noch ja Marigold haben wir praktisch keine mehr äh und hier auch nicht also Marigold wir müssen hier noch mehr pflanzen wir müssen hier noch mehr anpflanzen also im Moment ist Marigold unser Engpass Marigold ist unser Engpass wir ernten die mal und wir ernten auch noch ein paar Turmeric so und dann sollte das jetzt behandelt werden ne so du gehst schon heim das ist super weil du hast den hier behandelt richtig ne geh du auch noch heim und das da ja ja die schläft jetzt schon die lassen wir im Moment noch draußen schlafen oder schläft noch nicht doch jetzt schläft sie wir lassen sie draußen schlafen was hat sie denn da mitgetracht ah die die Virusmedizin das sind zweimal Virusmedizin das sind zweimal Virusmedizin ähm interessant 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 ähm kann behandelt werden also ähm ich muss schon sagen ähm somit mit 200 aufwärts ähm Sapiens ist es schon ein ganzes Stück ähm herausfordernder ähm die Kiste hier ne da ist man schon beschäftigt vor allem wenn hier wenn es um Krankheiten geht Verletzungen weil da multipliziert sich natürlich alles ne ähm jetzt schauen wir mal ganz kurz ähm ähm die Statistik ja zwei zusätzlich 236 also wir wachsen jetzt nicht mehr ganz so dynamisch äh äh vor allem die 45 Kinder das gleicht sich jetzt langsam wieder an das sieht man jetzt hier das dass die Geburtenrate deutlich nach unten gegangen ist weil die Kinder das Verhältnis Kinder zu älteren sich wieder angleicht das ist jetzt erstmal okay wenn wir einen leichten Überhang zum Nachwuchs haben dann wachsen wir ganz ganz langsam ähm es sollte nur nicht weniger sein sonst schrumpfen wir ähm das wäre auch ein bisschen blöd wenn wir jetzt ähm dann weniger hätten weil ähm gut hier ist jetzt gut äh da kannst du nicht okay dann lassen wir das ähm ja aber hier unten ist jetzt wenigstens die Virusinfektion mal weg weg wir haben noch ein paar Krankheitsfälle haben wir hier noch zum Beispiel den hier was ist das ah der ist nur trauernd okay und du wahrscheinlich auch vermute ich mal ja okay also hier schaut es schon wieder ganz gut aus hier schaut es wieder gut aus da haben wir noch rot ist aber auch trauernd okay also hier haben wir die Virusinfektion überstanden das ist ja schon mal was wert oder haben wir hier ne die sind zwar gelb aber die ruhen sich jetzt alle aus ja Musik okay die wollen Musik ähm das haben wir hier noch nicht ähm 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 ich habe jetzt auch keinen Arbeitsplatz frei im Moment da werden Queer Stones da werden Dinger da wird Needs Tumeric der braucht Tumeric die haben wir 4 Tumeric gut das machen wir noch ähm gut wir können hier äh Lock Drums äh bauen äh äh warum doch das ist Inside okay das ist Inside und das is in a few days und das ist Inside in a few days und die halten sich in a few years okay und das Mammutfleisch ist eh schon weg und was ist das Rotten Beet Root Seeds okay das wird dann weggeräumt ja also das wird hier in die Composter gut 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 also wir hm wir haben hier tatsächlich langsam ein Problem mit den ähm so ja hm ähm ich würde sagen wir setzen wir in der nächsten Folge nochmal neu an also ich glaube wir müssen uns ein bisschen konsolidieren ähm wir haben da ein bisschen zu viele Sachen gleichzeitig laufen ich glaube ich muss eins nach dem anderen abarbeiten da hinten an der Baustelle die die ähm diese Sedge Bauten damit wir da mal ein paar Leute stationieren können ähm ähm dann hier ein paar Aufräumarbeiten und das ganze ein bisschen abrunden und weiter ausbauen vielleicht holen wir uns auch nochmal ein paar Leute von oben ähm ähm und oben natürlich auch schauen dass wir jetzt mal die Verletzungen und 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 alles was hier so an ähm ähm Medizinbedarf da ist dass wir das mal decken dass das wir wieder alle ähm ähm ins Lot kriegen wir schauen mal wo die Happiness ist die ist bei 81 Prozent das ist jetzt kein schlechter Wert aber auch nicht so besonders gut ähm ähm und also das müssen wir wieder da da müssen wir jetzt das ganze ein bisschen pushen und dann bauen wir da hinten wenn wir die Leute an der Baustelle beim Kanal haben dann können wir unseren Kanal weiter vorantreiben und dann schauen wir da mal weiter und wenn wir den Kanal da hinten haben dann können wir mal überlegen die Handelsroute aufzubauen wobei die die Transportkapazität der Kanus ja ein bisschen ein bisschen wenig ist also ich muss ganz ehrlich sagen so richtig Handelsrouten damit aufbauen wird schwierig werden wenn ich meine vier Split Locks okay ich rechne jetzt mal hoch und sag dann wird es auch nicht mehr als wahrscheinlich vier Amphoren sein bei den Metalldingern könnte es ein bisschen mehr sein da sind es dann vielleicht acht oder zwölf das geht schon aber es wird sehr mühsam ähm da größere Mengen dann zu verhandeln mit unseren mit unseren Freunden da hinten insofern bei den Schiffen war meine Hoffnung dass wir da eben ein bisschen die Transportkapazität im Vergleich zu den Schlitten erhöhen und jetzt ist es so dass das eher noch weniger geworden ist bei den Kanus ähm ja es ist natürlich ein Anfang und ich verstehe das ähm der Dave hat wahrscheinlich auch die Kanus aus den Schlitten irgendwie abgeleitet ähm aber im Grunde genommen um wirklich Long Distance Handel aufzuziehen ähm ich sag mal dort wo wir keine Straßen bauen wollen oder können weil es einfach zu weit ist ähm ähm wo wir über Wasserwege gehen weil weil wir dort dann schon die Verbindung einfach haben übers Wasser so wie es ja früher auch war ne dass das die was weiß ich am Anfang an den Küsten entlang dann die Schifffahrt eingesetzt hat ne das ist ja die Phönizier und die Griechen und so weiter hier bei uns im im Teil und natürlich in Asien waren es andere ähm die Chinesen und so weiter ähm aber entlang der Küsten äh die Schifffahrt äh und dann auch nennenswerte Sachen transportieren können also nicht nur ein paar Stück sondern tatsächlich eben was weiß ich ähm 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 ja es muss ja nicht es muss ja nicht gleich ein ganzer Stapel sein aber ähm ähm dass man schon ein paar mehr als vier oder zehn Stück äh transportieren kann also ich denke mal wenn wenn man beim Metall zum Beispiel beim irgendwas so um die 20, 50 in der Größenordnung ähm bei den Brettern und so weiter dann kann man tatsächlich sagen ich fahre eine Fuhre hin brauche da drei, vier Tage ähm dann handle ich das mit denen im Ziel und dann komme ich mit dem Ergebnis zurück und es ist nennenswert weil bei vier Stück Metall, die sich da vielleicht einhandeln kann, Bronze ist das einfach der Aufwand riesig dahin zu tuckern und und wieder zurück zu tuckern und am Ende habe ich nach nach einer Woche sechs Metall oder vier Metall ähm da bin ich schneller wenn ich mir das hier vor Ort abbaue und 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 bearbeite dann muss ich nicht handeln also ich weiß noch nicht so richtig also ja da muss man der Mechanik aus meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen was schrauben aber schreibt mir ruhig mal in die Kommentare was ihr davon haltet ähm würde mich interessieren vielleicht bin ich da stehe ich ja mit meiner Meinung da alleine und ihr sagt ne das ist schon okay so keine Ahnung also würde mich interessieren gut dann ähm würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ich freue mich bis dann bis dann bis dann mit